So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute haben wir was ganz besonderes am Start. Nicht nur, dass wir diese richtig fette Limited Edition Zimt-Cola haben von Coca-Cola. Nicht nur, dass der Adi sich da unten rumwälzt wie so eine Wurst. Ah, Schatz, ja guck. Nein, wir haben auch noch einen Special Guest. Wer den jetzt schon im Augenwinkel hier gesehen hat, dafür drehen wir euch mal ein Stück zur Seite und guckt mal, da ist der Maze Master, wer den noch kennt oder schon mal gekannt hat oder einige noch kennenlernen wird, wie auch immer. Wir wollen nämlich ein Interview gleich machen. Und das schon mal vorweg, denn der Maze Master, also wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ja jedes Jahr immer das NIR Battle gemacht habe, also Battle Rap, Unterhaltungsturnier-mäßig so, sonst was. Und der Maze Master hat das schon mal gewonnen, da war ich schon mal bei ihm. Jetzt hat er das mit Romantik zusammen nochmal gewonnen im Team Hinz und Kunz, was man auch hier auf dem T-Shirt sieht, Hinz und Kunz 13, ja, sieht man nicht gut. Und jetzt ist er da, die Preise abzuholen und wir wollen das Interview machen für das NIR Battle, was dann auf dem NIR Battle-Kanal hochgeladen wird oder auf dem Ramses-Kanal oder wie auch immer. Wenn euch das interessiert, guckt mal in die Beschreibung, da seht ihr, was wir hier noch beredet haben und wie wir versucht haben, die Flasche Cola leer zu trinken während des Interviews. Muss nicht sein. Aber, habe gedacht, vorher machen wir natürlich eine Ramses Kitchen-Folge und testen die einfach mal. Habt ihr die schon mal gesehen? Limited Edition Coca-Cola, Zimt mit diesem braunen Ring obendran. Leider ohne Zucker. Ich weiß nicht, ob es die auch mit Zucker gibt. Meinst du, die gibt es auch mit Zucker? Die neuartigen Hipster-Getränke sind alle ohne Zucker. Zucker ist nämlich schädlich. Das ist auf keinen Fall schädlich, was da drin ist. Die gibt es ja auch mit beige im Rand, Vanille. Auch ohne Zucker. Ohne Zucker. Gab es aber immer mit Zucker. Genau wie Kirsch gibt es ja auch ohne Zucker. Gab es aber immer mit Zucker. Und heute ab und zu findest du sogar manchmal im Angebot noch Vanille-Cola mit Zucker, aber meistens nicht in den großen Flaschen. Deswegen würde mich das halt interessieren, ob es die trotzdem auch mal mit Zucker gab in normalen Flaschen. Ja, das Vanille gab es mit Zucker, weil das war bestimmt noch der Restbestand von 1930, den du erwischt hast. Quatsch. Wenn nicht fährst du nach Zschep, da findest du sowieso alles noch original. Haben wir aber letztens erst... Hier stehen noch zwei Kästen sogar. Siehst du, wir können ja später mal aufs Datum gucken, wie lange die noch unüberhaupt. Jetzt machen wir aber erst mal hier die Zimt-Cola auf. Coca-Cola. Da bin ich mal gespannt. Ohne Zucker kann ich dir das eigentlich komisch vorstellen. Da schmeckt sowieso alles total matt. Ich schenke mal dem Mace zuerst ein. Muss auch nicht so viel sein. Machen bis zum Homer seinen Arm. Rest ist eh nur Schaum. Dann tue ich hier mal. Das ist auch sehr gut gemacht. Wir haben nämlich zwei Homer-Gläser. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Das ist professionell. Seht ihr das? Da ist der Homer drauf. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur eine Stunde warten, bis der Schaum weg ist. Und dann riecht nach Cola. Riechst du Zimt? Ja. Aber ich habe auch eine 4 Meter Nase. Also ich rieche ein bisschen mehr. Meine ist irgendwie immer verstopft und ist immer komisch. Du hast safe Corona einfach. 1,5 Meter Abstand, ne? Hast du gedrückt? Toll. Meine geht nur bis zum Fuß. Deine geht bis zum Knie. Egal. Dann lass dir es mal schmecken, ne? Corona darf ja nicht anstoßen, ne? Und auf euch natürlich. Na. Schmeckt gar nicht mal so gut. Es ist, weil der Zucker fehlt. Ich sag's doch so. Es hat irgendeinen Geschmack, der natürlich Zimt sein soll. Aber durch den fehlenden Zucker wirkt das sofort wieder so. Der Geschmack reißt gleich ab und es wirkt einfach nur so. Weiß ich nicht. Du musst es auf jeden Fall schnell trinken, weil warm schmeckt alles scheiße ohne Zucker. Ja. Also ich könnte jetzt, wenn ihr euch irgendeine Billy-Cola ohne Zucker kauft, dann schmeckt die irgendwie, glaube ich, genauso. Also merkt ihr gar nicht wirklich so extrem diesen Zimt oder alles andere, weil irgendwie ohne Zucker alles gleich schmeckt. Zucker ist ja Geschmacksträger. Merkt euch das. Habt ihr die auch schon mal probiert? Schreibt es mal rein. Wir werden jetzt auf jeden Fall unser Interview machen. Der Mace hat ja ausgedrungen. Das heißt, er hat mächtig Durst und wird bestimmt gleich nochmal ein Gläschen nehmen. Ganz sicher. Ja, natürlich. Guck mal, es sind sechs Portionen, steht auch extra drauf. Sechs Portionen, wir sind zwei Menschen, also heißt das für jeden drei Portionen. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Habt ihr eigentlich gesehen? Dieses schöne Weihnachtsmotiv. Ich habe es vorhin schon 20 Mal reingehalten, habe ich auch gar nicht geguckt. Da ist ja der Weihnachtsmann drauf. Der kippt sich die ganze Buddel auf X rein. Also wisst ihr Bescheid. Challenge accepted. Das war es von meiner Seite aus. Wie gesagt, wer das Interview sehen will mit dem Mace, mehr vom Mace erfahren möchte, der schon wieder seine komische Fischkudermütze auf hat und eben mal das abgabt. Fischkudermütze. Und deswegen klickt mal in die Beschreibung, da werde ich das Interview verlinken, damit ihr ein bisschen über die Musik und den NAR Battle Kanal erfahrt und ob es überhaupt weitergeht mit dem NAR Battle, ob es das jetzt war. Werden wir gleich besprechen, spontan. Wir sind nicht vorbereitet. Das wird einfach nur so ein Podcast. Ansonsten würde ich sagen, Schleichwerbung. Ja, kennt ihr das? Wenn immer so Briefe kommen von der GEZ. Und jetzt hat sich die AfD gedacht, wir schicken dir einen GEZ-Brief, streichen den durch und sagen, Schluss mit den Späßchen. Jetzt kommen wir. Zack. Also, habt ihr das auch schon mal im Briefkasten gehabt? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Will der Mace noch was sagen? Grüße gehen raus an... Grüße gehen raus an meine Oma und an Romantik. Und an... Keinen mehr. Meinst du, der guckt das? Nee, sicher nicht. Romantik hast du schon mal Zimt-Cola probiert? War die mit Zucker oder ohne? Man könnte eigentlich Zucker selber reinmachen, aber... Gut, das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Haha. Okay. Okay. Okay.